So, wie gesagt, wir kommen nochmal zurück zu Dark Souls. Ähm, ja, ich weiß jetzt, wo ich langlaufe, beziehungsweise, das heißt, ich weiß jetzt, wo ich langlaufe. Äh, ich hab mir einfach überlegt, da gehen wir gleich hin, da oben. Also, wir werden auf jeden Fall diesen Drachen, wir haben ja denen ein bisschen Schaden gemacht. Äh, wir werden da auf jeden Fall nochmal hinlaufen. Aber erst möchte ich mal in dieses Spinnennest, Dingsbums. Ich hoffe, die sind rot da hinten. Nein, die leben wieder, scheiße. Also, fuck this, wir gehen da einfach lang, denn, äh, die treffen uns ja auf Dauer nicht. Ach, scheiße. Ja gut, Dreckvergiftung, macht ja nichts. So, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder wir machen die platt. Hi. Pass auf, Meister. Ja, fuck this. Also, entweder, ah, diese scheiß Mücken da überall, ehrlich. Okay, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Wir gehen da jetzt lang, wir gehen da jetzt neben lang. Wir lassen die Gegner mal Gegner sein. Ich hab nämlich ehrlich gesagt keinen Bock, jetzt gegen die zu kämpfen. Da die uns einfach zahlenmäßig erstens überlegen sind. Zweifel sind die fett. Und drittens sind das scheiß Mischer, ehrlich. Kommen die Mücken mit? Na, mehr oder weniger. Oh Gott. Scheiß drauf, wir gehen da jetzt rein. So, und guck mal, was es hier drin gibt. Kellachs Pferde, okay. Oh Gott, ich hasse es jetzt hier schon. Ich hasse es hier drin jetzt schon, ehrlich. Ekelhaft. Was ist hier los? Boss. What the fuck? Wie Boss? Wo? Kacke. Ah ja, okay. Probieren wir mal damit. Oh, das hat ja nichts gebracht. Super. Achtung, Hinterhalt. Irgendwie fern. Hinterhalt. Was sind denn das für? Pisse. Wow. Ja, okay, ich verstehe. Ich verstehe. Sind die tot? Nein, sind sie nicht. Ah. Alter. Die sind ja gar nicht mal so ohne. Ähm. Okay. Für die Zukunft wissen wir, lassen wir die Viecher in Ruhe. Drecks. Scheiße. Alter Schwede. Die lassen wir jetzt in Ruhe. Könnt ihr aber glauben. Du machst ja nichts, ne? Okay, nee, du machst nichts. Ah, klasse ey. Wirklich. Super. Wo ist der Boss? Ah, haha, ich verstehe. Alles klar. So, pass auf. Dresche. Dresche. Dresche, wie aufs Maul. Gut. Okay. Das ist uncool. Was ist denn das jetzt? Äh. Äh. Okay. 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 Ja, die sieht doch eigentlich ganz annehmbar aus. Kellogg's Hexe. Alles klar. Machen wir platt, hä? Gucken wir erstmal. Ja, okay. Alles klar. Das ist ein bisschen Laber. Das dürfen wir hinkriegen. Hallo. Okay. Das dürfen wir, das dürfen wir doch hinkriegen, oder? Müssen wir erstmal gucken, was das Vieh so macht. Das spalt Feuer. Es schlägt mal kurz. Pisse. Das dürfte doch eigentlich zu schaffen sein. Ja, okay. Ja, okay. Das ist, äh. Das geht ja noch. Oh, scheiße. Hui. Ich müsste mich mal heilen. Genau jetzt. Boah. Okay, die Musik ist geil. So, da gibt's doch bestimmt eine Schwachstelle hier, oder? Ne, gibt's nicht. Ah. Über diese scheiß Lava. Weiß jetzt nicht, ob ich da reingehen kann. Okay. Pisse. Okay. Okay, okay, okay. Okay. Wir gucken mal. Irgendwie. Hui. Schnell. So, das war gut. Dann probieren wir mal schnell was. Oh, Pisse. Super. Ah. Okay. Oh, Gott. Ja, wunderbar. Na, klasse. Ah. Okay, das war doch nicht so gut, wie ich gedacht. Autsch. Wir müssen doch irgendwie eine Schwachstelle geben bei dem Mistvieh. Ja. Einfach hin und her. Komm. Ah. Okay. So könnte das irgendwie funktionieren. Irgendwie. Kacke, ey. Ja, gut. Die Hälfte hätten wir ja gleich schon mal. Wääh. Scheiße, ey. Die zieht doch mehr Energie ab, als gedacht. Oh, scheiße. Oh, ja. Okay. Du hast uns doch noch voll erwischt. Ja, das gibt's doch überhaupt nicht hier. Mensch. Okay. Natürlich. Okay, jetzt haben wir gleich ein Problem. Beziehungsweise. Oh. Ja, das ist ja eigentlich, äh. Ihr wisst, was ich sagen will. Die macht eigentlich nicht so viel, das Scheißvieh. Oh, ich, äh. Bin etwas leer, würde ich sagen. Hoi. Da, kannst du haben. Oh, okay. Das hat jetzt... Ja, klasse. Ja, das war jetzt meine Schuld. Ich hab vergessen. Ich hab das Schild nicht mehr. Na gut, scheiß drauf. Komm, mach ins Blatt. Die Spinne ist ja nicht schwer. Das Problem ist einfach nur, dass, äh, die uns doch auf Dauer ein bisschen viel Energie abzieht. Wir müssen gucken, wie wir das am besten machen. Das Schwert ist auf jeden Fall für die Füße. Ähm. Das ist besser. Dann, ja gut, das ist für die Füße, wie gesagt. Okay. Wie machen wir das jetzt? Na geil. Egal, wir gucken mal. Irgendwie müssen wir das doch hinkriegen, dieser Pissgegner da. Wir haben ja, wir haben ja eigentlich genug Fläche zum Ausweichen. Lass mich mal ehrlich. Also, Fläche zum Ausweichen ist vorhanden. So, mal schnell das Gift abklingen lassen. Oh nein. Komm schon. Ah, kacke. So viel zum Ausklingen lassen. So, wunderbar. Wir haben eine Menschlichkeit. Warum eigentlich? Naja, gut. Von mir aus. So. Okay. Wir müssen gucken, wie wir das mit der Spinne machen. Weil die Spinne ist ja doch relativ fett. Wie gesagt, das ist jetzt kein schwerer Gegner, aber die Sache ist, der ist schwer zu erwischen. Das ist das Problem. Der ist einfach nur unglaublich schwer zu erwischen. Wir sind wieder vergiftet. Das nervt. So, die lassen wir jetzt erstmal in Ruhe. Okay. Ja, das ist jetzt nicht viel Gift, was uns abgezogen wird. So. Bresche. Jaja, ich verstehe schon. Und als Rheinler, würde ich sagen. Feuer frei. Jaja, wunderbar. Das hätten wir. Du bist schon ein Scheißer hier, ne? Alter, come on. Oh. Okay. Das ist uncool hier. Das ist richtig uncool. Wie machen wir dieses Wichsfeel denn am besten? Wenn das Feuer spuckt, das ist uncool. Das macht einfach keine Laune. Das war gut. Weg hier, weg hier, weg hier, weg. Okay, hier ist alles voll. Wie wir gerade merken. Okay, ich glaube, ich weiß, wie wir den machen. Der ist eigentlich gar nicht schwer. Wir müssen auch einfach nur abwarten, bis der dieses Feuer spuckt. Ja, genau so in der Art. Nur, dass der nicht alles voll machen darf. Da müssen wir aufpassen. Ah, come on. Okay, so klappt das irgendwie. Einer noch. Ja, wunderbar. Hui. Oh. Okay. Krass. Was war denn das für ein Angriff? Das gibt's ja gar nicht. Okay, das war jetzt etwas überraschend. Warum? Egal, wir probieren das jetzt so lange, bis der Gegner tot ist. Das gibt's ja hier überhaupt nicht. Mensch. Wie gesagt, der ist nicht schwer. Der ist einfach nur riesig und fett. Ach, ich probiere das mit dem Kohle jetzt nochmal. Na, scheiße. Komm her. Mist, zack. Brauch. So, komm, lauf. Das Gift regeneriert sich auch, wenn ich hier im Gift bin. Das ist natürlich cool. Nächstens etwas. Kacke. Ja gut, wir probieren das nochmal mit dem Erz. Vielleicht klappt das ja dann irgendwie besser. Aber das mache ich dann mit dem Kurzschwert. Weil mit dem Riesenschwert, das bringt auf Dauer nichts, glaube ich. Ich habe hier ein bisschen Erz noch über. Probieren wir einfach mal. Alter, der Gegner ist ja, wie gesagt, nicht schwer. Den müssen wir einfach nur fertig machen. Mann, 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 Mann. So, das hätten wir jetzt gleich. Ja, die Viecher lassen wir mal in Ruhe. Die haben uns doch ganz schön geschwächt. So, perfekt. Gut, dann werde ich jetzt zwei Sachen machen. Einmal. Scheiße auf Pyramant hier. Machen hier. Großachs ist natürlich auch... Wo ist denn hier meine Anzeige umschalten? Was ist das denn? Aha. Ja. Machen wir das hier. Einmal das. Und dann haben wir noch dieses Kohlezeug. Haben wir noch mehr irgendwie sowas? Entfernen Parisiten aus dem... Okay. Goldharz. Wunderbar. Das sieht doch auch gut aus. Äh, Moment. Würde ich gerne gegen das hier. Ja, Goldharz. Probieren wir mal. So. Einmal erst hier das noch. So, ich würde gerne erst noch mal schnell warten. Beziehungsweise... Äh... Beziehungsweise... Nee, eigentlich nicht. Können wir mal gucken. Ja, das passt. Nee, das passt. Aber auch wir nehmen.